Viele Industriestaaten finanzieren sich seit den 70er Jahren zu einem großen Teil durch Verschuldung. Neben den sonstigen Ausgaben des Staates nimmt die Rückzahlung der verzinsten Kredite immer mehr Raum ein. Andere Ausgaben wie für Soziales, Kultur, Bildung und Gesundheit werden als Belastung wahrgenommen. Dies führt zu Privatisierungsmaßnahmen in vieler dieser Bereiche. Bisherige öffentliche Einrichtungen gehen nun in den Besitz von Investoren über. Privatisierungsmaßnahmen können diverse Folgen haben. In Krankenhäusern wird zum Beispiel Personal entlassen oder Behandlungen werden kostenpflichtig. In Bildungseinrichtungen werden Lehrinhalte und Methoden an die Bedürfnisse des Marktes angepasst. Kulturelle Einrichtungen werden an profitorientierten Zielen ausgerichtet, auch hier kommt es zu Kürzungen und Entlassungen. So werden eigentlich dem Allgemeinwohl Verpflichtete nicht am Profit ausgerichtete Einrichtungen ökonomisiert und können oft nicht mehr ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen. Bei diesen Prozessen handelt es sich um keine Zwangsläufigkeit. Sie sind politisch gewollt oder wurden hingenommen. Für diese Form der Politik stehen insbesondere die ehemalige Premierministerin von Großbritannien Margaret Thatcher und der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan. Die Staatsverschuldung bleibt dennoch bestehen. Regierungen sind nun an möglichst niedrigen Zinsen interessiert. Bereits ein geringes Ansteigen der Zinsen beeinträchtigt den zurückzuzahlenden Betrag beträchtlich. Hohe Zinsen können einen Staat in die Zahlungsunfähigkeit treiben. Die Höhe der Zinsen drückt das Vertrauen der Investoren in eine Regierung aus. Eine Regierung erhält dann niedrige Zinsen, wenn sie von den Investoren als vertrauenswürdig eingestuft wird. Ist das Vertrauen gering, wird der Staat also nicht als kreditwürdig erachtet, so steigen die Zinsen. Die Zinssätze auf die vergebenen Kredite kann als eine Art Benotung angesehen werden, die die Investoren bzw. der Finanzmarkt an die Regierungen vergeben. Die Staaten treten untereinander in einem Turnier um die beste Benotung und das Vertrauen der Investoren an. So kommt es zu weiteren Maßnahmen wie Lockerungen im Kündigungsschutz, Privatisierungen und Steuersenkungen. Durch den Konkurrenzkampf werden Staaten den Regeln des Marktes unterworfen. Staaten werden nun entweder als gute oder schlechte Staaten angesehen, abhängig von ihrer Note. Inländische Verhältnisse werden außer Acht gelassen. Auch auf die einzelnen Bewohner des jeweiligen Staates wird die Bewertung übertragen. Alles verschwindet hinter der Note. Die Investoren können nun noch mehr Forderungen an die Regierungen stellen. Anderen Themen oder Belangen wird nun weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ziel des Finanzmarktes sind Staaten, in denen unabhängig vom Wahlergebnis die Zahlung der Schulden gewährleistet und den Bedürfnissen der Wirtschaft nachgekommen wird. Die Demokratie soll sich dem reibungslosen Ablauf des Marktes unterordnen. stetare in Polれて片 Materials wird die Steuerung zu ver였ilieren und darin solltest werden. In Die Kinder braucht die Steuerung an cauchliche einem großen dai Abend schon die Steuerung hier in der Scharmen die würde dann hinterher tapaht resolarım und die Steuerung... Vielen Dank.